Ja, hallo. Gerade ist die Einladung an 17 Personen rausgegangen zur ersten Talkshow mit hoffentlich dann drei bis sieben Teilnehmern ungefähr. Sie können sich also auch melden, wenn Sie gerne sagen wollen, was Sie als Kanzler tun würden als erstes in Deutschland. Und nachher werde ich auch noch auf Kommentare aus dem Internet eingehen, zu den Internetsendungen eingehen. Kommt also gleich nachher, aber erst noch ein paar Kurzmeldungen. Wir fangen an mit Sebastian Kurz, dem Kanzler von Österreich. Angeblich hält er sich nicht an die Corona-Regeln, die er selbst aufgestellt hat. Das kommt natürlich bei den Bürgern wahrscheinlich dann schlecht an, aber wahrscheinlich, vielleicht glaubt er eben auch nicht, dass, also vielleicht hat er auch schon erkannt, dass es sich um eine Gefährlichkeitsüberschätzung handelt bei dem angeblichen Killer-Virus. Ja, in Schweden, Arte berichtet gerade eine Sendung über Schweden und zeigt, dass die ganz normal leben. Also, die haben lauter Kontakte, wo sie sich eigentlich alle total infizieren müssten. Und wenn es stimmen würde, dass Schweden jetzt tatsächlich echte 3460 Corona-Tote hätte, dann wäre das eine etwas kräftigerer Krippe-Winter als bei uns in Deutschland 17, 18, also im Jahre 2017, 2017, 2018. Bei uns sind ja damals ungefähr 25.000 Leute angeblich an Krippe gestorben. Und wenn jetzt die Schweden angeblich 3460 Tote hätten, dann wäre das ein ganz bisschen mehr als die zu erwartenden etwa 3200 Toten. Also, man kann sagen, dann wäre es eine etwas kräftige Krippe-Winter sozusagen, die die Schweden jetzt gerade durchmachen. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, wenn plötzlich in Schweden dann 10.000 angebliche Corona-Tote wären, dann müssten wir aufhorchen. Denn das würde schon bedeuten, dass wir eine dreimal so große Durchschlagskraft hätten wie im Krippe-Winter 17, 18 in Deutschland. Das würde uns beunruhigen, aber eben bis jetzt sind es eben sozusagen nur, liegt es nur minimal über dem Krippe-Winter 2017, 2018, wo wir in Deutschland auch mit keinem Wort darüber gesprochen haben. Ja, aber übrigens ist es immer spürbar, dass man natürlich versucht, jetzt Schweden oder andere Länder, ja, bei Russland, ja, fälschen die vielleicht ihre Corona-Daten. Die Frage ist doch, ob wir unsere Corona-Daten gefälscht haben, weil wir Leute, die mit Corona gestorben sind, aber hauptsächlich an anderen Vorerkrankungen gestorben sind, ja als Corona-Tote gezählt haben. Also von daher könnte es auch sein, könnten wir uns besser die Frage selber stellen, ne, ob nicht wir das Problem sind. Ja, aber es wird überall versucht, so zu drehen, damit nur nicht aufkommt, ja hoppla, wir sind alle auf eine Gefährlichkeitsüberschätzung der marktwirtschaftlichen Medizin reingefahren. Ganz kurz wieder die Beweisführung, ganz kurz nur. Hier haben wir einen Arzt unter Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, haben wir es mit einem Arzt zu tun, der in der Wahrheit lebt. Er sagt, ja, nee, Viren und Bakterien sind nicht so gefährlich, ihr müsst vor allem weiterhin kerngesund leben, euch nur naturbelassen ernähren, Gemüse, Obst und so weiter. Und auf keinen Fall die moderne Nahrung essen und so weiter. Nur, dass so ein Arzt eben unter Bedingungen der Marktwirtschaft im Prinzip nicht überleben kann, ja. Und während dieser Arzt hier, der sich irrt, ein Früharzt, der sich irrt, der sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne Nahrung essen, nö, nö, die ist genauso gesund wie die reine Naturnahrung. Und ihr braucht einfach viel mehr Impfungen, viel mehr Tests, viel mehr Bestrahlung, Operationen und so weiter. Und die verkaufe ich euch und nur so könnt ihr dann gesund leben. Und der hat immer was zu verkaufen, die Kunden essen sich krank und übergewichtig und er kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder, zwei Urenkelkinder und ist dann der Begründer einer Großfamilie von Medizinprofessoren. Und genau das ist das Dilemma, dass die Marktwirtschaft grundsätzlich, der Kapitalismus grundsätzlich gewinnbringende Irrtümer produziert. Das ist das, was Karl Marx nicht geahnt hatte. Ja, also wieder zurück. Von daher also, mal sehen. Also überall versucht man eben, überall Druck zu machen in der Welt, dass bloß nicht rauskommt, dass man auf die Markt, die kapitalistische Medizinindustrie hereingefallen ist, die aber auch keine Schuld trägt. Denn die glauben tatsächlich ihre Irrtümer. Also Drosten hat nie gelogen, sondern er sagt nur, dass seine Irrtümer, die er selbst glaubt, gibt er an die Regierung weiter. Mehr hat er nicht getan. Ja, da gab es eine Sendung mit sachlicheren Argumenten gegen die verschwörungstheoretische Hetze gegen Bill Gates. Ja, also da, ja, da, da, zum Beispiel wurde gesagt, ja, der Spiegel zum Beispiel bezieht den Großteil seiner Gelder über Autowerbung. Ja, wo man dann natürlich auch vermuten könnte, dass er natürlich nichts gegen Auto, gegen das Automobil nicht allzu viel schreiben würde. Aber er bekommt nur einen Bruchteil seiner Gelder von Bill Gates. Und die Frage ist eben, ob das nicht als freundschaftliches Geschenk, ob jetzt deswegen der Spiegel wirklich verzichten würde, systematisch gegen Bill Gates auch kritische Äußerungen zu bringen. Das steht nicht fest. Aber eben dieser Sender, dieser öffentlich-rechtliche Internetsender, ich glaube zur Funkgruppe oder was gehörend, und der, der sagt einem, da, da fehlte also vielen Verschwörungstheoretikern die Sachlichkeit, die da also böse kriminelle Absichten wittern bei Bill Gates. Ja, haben wir ja viele Sendungen zu gemacht, liebe Verschwörungstheoretiker, ja. Ja, also angeblich hätte nämlich trotz der Geldgeschenke durch die Automobilindustrie, durch die unheimlich teure Automobilwerbung wurden dennoch lauter VW-Skandalberichte im Spiegel geschrieben. Naja, ja, also insofern so eine ganz direkte Nachweis für Beeinflussungen gibt es da halt auch nicht so schnell. Ja, und dann spricht dieser Sender von Demagogie bei den Verschwörungstheoretikern. Und das habe ich ja auch in meinen Sendungen gesagt. Und da steht dann im Duden oder so, steht dann irgendwas mit Volksverführung, Volksaufwiegelung, politische Hetze. Ich sage dazu kurz Volksverhetzung, ja. Also liebe Verschwörungstheoretiker, also Sie können gerne eine Strafanzeige gegen Frau Merkel stellen, aber es ist juristisch in Deutschland nicht okay, einfach Frau Merkel eine Verbrecherin zu nennen, ja. Genauso bei Bill Gates, ja. Also diese beleidigen Äußerungen von den Verschwörungstheoretikern fallen mir überall auf. Und diese, also diese, also man kann ja mit Worten sehr viele Straftaten begehen, eben Beleidigungen und diese falschen Verdächtigungen oder Verleumdungen und Rufmord, also da sind die Verschwörungstheoretiker ganz kräftig dabei, also, ja. Keine, ja, also zum Beispiel jetzt, das ist ein Beispiel für einen linksextremistischen Verschwörungstheoretiker, da ist eine Sendung erschienen, ja. Da beginnt es, und da geht es so richtig los mit Verschwörungstheoretischen linksradikalen Äußerungen, ja, das, da geht es gleich los mit lauter Beleidigungen. Da wird erst einmal, da wird eben einer von diesen etwas rechteren Sendern gnadenlos beleidigt. Ich will das gar nicht wiedergeben, weil ich würde mich ja damit selbst strafbar machen, wenn ich diese Beleidigungen auch nur wiederholen würde, ja. Und dann findet eine Aufhetzung statt, also ich würde es Volksverhetzung nennen, zur gewaltsamen Eroberung der Staatsmacht. Eiskalt durchgreifen. Ja, also da geht es zur Sache. Merken Sie, das ist eigentlich eine Sache, dass das die Internetsender zulassen, also die Internetmedien zulassen, dass solche Sender, dass da wirklich Volksverhetzung geäußert wird. Also da, da würde ich sagen, das ist nicht mehr verfassungsgemäß, ne. Ja, dann, also und dann noch so Worte wie, keine Reform, Kapitalismus wird gestürzt, anzupacken, ja, anpacken, ja. Also das klingt schon sehr, sehr gewaltaffin sozusagen, will ich mal mindestens sagen. Also da sollte der Verfassungsschutz wirklich mal sein Auge drauf haben, ne. So, dann gehe ich mal auf die Kommentare ein, die mir geschickt wurden, bevor sie gelöscht wurden, oder so, dass ich sie dann wenigstens hier beantworten kann. Da hat jemand geschrieben, ich lese mal vor, da hat wohl jemand noch nicht genug recht gelesen, und ich empfehle, der gute Mensch von See zu ahnen. Das bezieht sich auf meine Kritik daran, ja, hier Brecht, so wie ein Wolfgang M. Schmidt, also meine Kritik an dem war gewesen, ja, hoppla, mit dieser Brecht-Geschichte, in dieser, ist sozusagen, spricht letztendlich indirekt Berthold Brecht dem Kapitalisten, einem bestimmten Kapitalisten, die menschlichen Eigenschaften ab. Also ich habe da gesagt, das ist ja schon fast eine Andeutung eines Untermenschen, ne. Und darauf bezieht sich jetzt dieser Kommentar. Brecht sowie Schmidt sind alles andere als menschenfeindlich und haben lediglich etwas gegen die Rolle, Charaktermaske des Kapitalisten an sich und nicht direkt gegen die Person dahinter. Wer zuhört, merkt dies. Ja, aber das sind aus meiner Sicht doch Haarspaltereien. Also wenn ich generell hingehe und in Deutschland eine Negativstimmung mache und Kapitalisten so als eigentlich gar nicht echte Menschen sozusagen schon so ein bisschen als Untermenschen andeute, dann ist das schon nicht mehr mit unserer Verfassung vereinbar. Weil vergleichbar ist, wenn ich anfange, jüdische reiche Menschen, jüdische Kapitalisten sozusagen, wenn ich die jetzt anfangen würde, als Gruppe in die Nähe des Kriminellen zu rücken, Was würde mich dann noch unterscheiden von einem, von Hitler? Ja, was würde mich dann noch, die Verfassung wurde ja gemacht, um genau solche Gewaltexzesse, solche Menschen zu diffamieren und sie herabzuwürdigen und dann solche zum Beispiel linksradikalen Gewaltexzesse sozusagen zu verhindern, wie zum Beispiel die Ermordung der Zarenfamilie durch die russische Revolution oder im Rahmen der russischen Revolution. Und wir wollen so etwas nicht mehr und deswegen gibt es hier diese Verfassung. Verschwörungen oder Sekten sind hier nicht vorzufinden. Ja, da habe ich so meine Zweifel. Durch dies hier werden wahrhaft progressive Gedanken zur Hetze deklariert. Ja, diese progressiven Gedanken sind aber eben teilweise verfassungsfeindlich. Ja, natürlich will ich auch den Kapitalismus beenden. Ich will die Marktwirtschaft beenden, aber doch nicht durch verfassungsfeindliche Strategien. So, niemand unterstellt dem Volk der Privilegierten und man kann sich ja auch, also zum Beispiel jetzt in den Talkshows, dass ich, wenn jemand ganz sachlich ohne jetzt irgendwie, also darüber redet, dass es eben, ja, also ohne jetzt irgendwelche Gruppen zu Untermenschen zu reagieren, wenn er sagen würde, er ist der Meinung, dass es ohne Gewalt tatsächlich keine Verbesserung für die Menschheit geben könnte und so weiter, darüber könnte man ja immerhin mal diskutieren, ja, im Sinne der freien Meinungsäußerung. Aber man muss sich immer klar sein, dass man da immer am Rande, ja, des Legalen eigentlich ist, denn eigentlich sieht unsere Verfassung keine Diskussion über Gewalt als Lösung vor. Umso erschreckender, dass immer mehr darüber geredet wird, dass Deutschland wieder mal bei Kriegen mitmischen sollte und schon ja mitgemischt hat. Ja, ich dachte, die Bundesrepublik Deutschland wollte sich da grundsätzlich immer raushalten. Na, Schluck Wasser. Dann schreibt dieser Kommentarschreiber weiter, Niemand unterstellt dem Volk der privilegierten Reichen eine Bösartigkeit. Es ist nur de facto so, dass diese, um sich selbst zu erhalten, auf Mittel der Ausbeutung zurückgreifen. Dies liegt in der Natur, das Kapitalismus. Und da sind wir wieder dabei. Also ich habe ja Karl Marx nur deswegen als Volksverhetzer bezeichnet und als Aufhetzer, weil er eben dieser Begriff Ausbeutung, das ist schon, damit rückt er einen Unternehmer schon in die Nähe eines Kriminellen. Denn ein Ausbeuter ist für unseren Sprachgebrauch schon ganz dicht beim Verbrecher. Und man könnte es nämlich ja auch so formulieren, ein Unternehmer, der es geschafft hat, ein Produkt zu erfinden wie das iPhone, egal wie fragwürdig das iPhone ist. Aber der braucht doch, um dann viele iPhones verkaufen zu können, muss er doch Freunde anstellen, die ihm freundschaftlich helfen, die ganzen vielen iPhones herzustellen und zu verschicken. Und dafür bezahlt er denen, für die Freundschaft, ein Freundschaftshonorar sozusagen. Und so könnte man doch Arbeitnehmer auch verstehen. Warum muss ich Arbeitgeber und Arbeitnehmer umdefinieren in Ausbeuter und Ausgebeutete? Das ist Hetze. Von daher würde ich sagen, Sie sollten da mal, lieber Kommentator, Sie sollten da mal Ihren Sprachgebrauch dringend überprüfen. Sie können ja sagen, dass Sie meinen, dass die Unternehmer sich einen zu großen Unternehmerlohn ausbezahlen würden und den Mitarbeitern einen aus ihrer Sicht zu kleinen Unternehmerlohn. Aber da müsste man dann fragen, wie Sie das denn begründen wollen, bitte schön. Ja, die marxistische, extremistische Linke will die Reichen abschaffen, doch zufälligerweise die Armen ebenso. Es geht hier niemandem um die Bösartigkeit einiger Manager und Co. Das erkennt Schmidt auch selbst in seinen Filmanalysen. Es geht darum, das System abzuschiffen und die Produktionsmittel wieder jedem, egal aus welchem Hause, zugänglich zu machen. Ja, da sind wir auch wieder im Bereich. Sie wissen, Sie sind sich schon klar, über was Sie da reden. Sie wollen einen Weg finden. So wie Sie es jetzt formuliert haben, würde das ja bedeuten Enteignung. Aber das wäre dann auch wieder so ein bisschen verfassungswidrig. Wenn Sie es über Steuern machen, dass Sie das über Generationen hinweg quasi, dass Sie so riesige Erbschaftssteuern erheben, wie der Christian Felber das vorgeschlagen hat, dass Sie dann also sozusagen am Ende sozusagen enteignet haben, ohne dass es verfassungswidrig war, weil Sie über die Steuer gegangen sind, dann wäre das durchaus ja machbar. Und so kann man das auch diskutieren. Und dann kann man darüber diskutieren, ob es sich gezeigt hat, dass eine Gruppe an Mitarbeitern einer Firma wirklich genauso kompetent mit einer Firma, einem Unternehmen umgehen kann, wie ein genialer Unternehmer, der es ja immerhin geschafft hat, zunächst erst einmal ein Produkt so zu entwickeln, dass es jemand anderes haben will und dass ein riesiger Run auf die Produkte entstanden ist. Und die Leute, die Freunde, die er danach angestellt hat, ob die wirklich dann genauso kompetent, als von der Unternehmerberufskompetenz, professionellen Unternehmerkompetenz her, genauso kompetent sind. Da würde Professor Hans-Werner Sinn jetzt wiederum riesige Fragezeichen dazu anstellen und würde sagen, und auch Dr. Markus Krall würde natürlich sagen, das können die Mitarbeiter nicht. Unternehmer sein ist, ein genialer Unternehmer sein ist, ja, dazu muss man geboren sein, würden die sagen wahrscheinlich. Das Talent muss man mitbringen, das hat nicht jeder. Ja, und dann schreibt der Kommentator weiter, das, was Sie als Volksverhetzung für bare Münze nehmen, ist ein episches Mittel rechts im Rahmen der Theaterkunst. Ja, das ist so eine Sache. Ja, also das ist halt so die Sache. Wenn Rechtsradikale hingehen würden und Volksverhetzung würden sagen, wir sollten die Juden sind doch irgendwie keine echten Menschen oder du bist ja nur fast ein Mensch, du Jude, du, ja, da würden wir doch da, glaube ich, schon juristisch einschreiten, oder? Und warum sollen wir eigentlich dem Brecht etwas durchgehen lassen, was wir bei dem Rechtsradikalen dann mit der Gefängnisstrafe ahnden, ja? Also da müssten wir schon vorsichtig sein, denke ich, ja? Demokratie scheinen Sie zu mögen? Ja, wir wollen die Superdemokratie. Mit der Wohlfühlstimme stellen wir ja die Superdemokratie herstellen. Doch wie ist diese zu gewährleisten, wenn jemand um das tausendfache mehr an direkter Macht über sein Leben hat, als sie selbst, also über ihr Leben, meint er wohl, also über das Leben der Menschen hat, als sie selber? Ja, das ist eben so. Deswegen müssen wir ja den Kapitalismus beenden, aber doch mit legalen Mitteln und mit demokratischen Mitteln und so weiter. Die Konzepte der NextScientistsForFuture.de hatten in einer Testwahl 56 Prozent der Wählerstimmen. Was uns daran hindert jetzt, dass wir den Kapitalismus beenden und diese extreme Schere zwischen Arm und Reich und so weiter, ja, daran hindern nur Menschen wie Sie als Kommentator, ja? Wenn Sie überall und alle anderen, die die Videos schauen, überall das verbreitet hätten und geteilt hätten, dass es hier einen Weg zum sanften Ausstieg aus dem Kapitalismus gibt, dann hätten wir ihn schon. Also, aber dieses Träumen davon vielleicht doch, dann vielleicht doch mit irgendwelchen radikalen Methoden zu einer Änderung zu kommen, das ist das, was die ganze Sache blockiert. Also, das Träumen von einer radikalen Lösung verhindert die 56 Prozent Wählerakzeptanz findende sanfte Lösung, ja? Ja, so, nennen Sie Schmidt keinen Volksverhetzer und stellen Sie fest, dass alles, was er bis jetzt forderte, höhere Steuern waren. Ja, aber wie gesagt, warum liest er dann etwas vor, wo die Menschlichkeit eines Unternehmers angezweifelt wird, ja? Also, die Frage, fast ein Mensch, sagt ja Brecht, ja? Also, das ist so eine Sache. Das würde ich, ich würde Brecht nicht zitieren, an seiner Stelle besser. Zufälligerweise empfiehlt Schmidt im selben Stream den Film Parasite, wenn ich mich recht erinnere und betont, dass dieser so gut sei, da er die Reichen nicht als schlechte Menschen darstelle. Ja, also, insofern hoffe ich, insofern sage ich ja auch nur, dass, also, Herr Schmidt sollte diesen Brecht mit diesem Fast-Mensch, der Unternehmer als Fast-Mensch, das sollte er einfach nicht zitieren. Alles andere kann er ja ruhig weitermachen, ja? Also, insofern. Ja, also, insofern, also, um das nochmal abschließend deutlich zu machen, Markus Krall und Hans-Werner Sinn habe ich genannt, Christian Felbers Gemeinwohl, Ökonomie ja auch. Ja, Carla Reemsma, bei Carla Reemsma, Luisa Neubauer und Sarah Wagenknecht, da weiß man eben auch nicht, ob die nicht doch auch mit den radikalen Wegen liebäugeln, ja? Warum haben sie nicht das Angebot der nextscientistsforfuture.de für den sanften Kohlestopp 26 sozusagen angenommen, ja? Ja, und Nico Pech, der ist halt zu verträumt, sozusagen so nach dem Motto, er träumt davon, dass die Menschen zu einer Genügsamkeit zurückkehren würden. Aber die Marktwirtschaft erzeugt jeden Tag aktiv Konsumsucht und steigert die Konsumsucht jeden Tag noch mehr. Und mit solchen Menschen sozusagen jetzt denen von Genügsamkeit zu erreden, das ist genauso erfolgversprechend, wie wenn Nico Pech, bitte schön, versuchen Sie doch einfach mal mit einem Heroinsüchtigen über Genügsamkeit zu sprechen. Am Ende wird er Ihnen aus der Tasche irgendwie 20 Euro für den nächsten Schuss geleiert haben. Ja, und Kevin Kühnert denkt ja auch über radikalere Maßnahmen nach. Aber warum denn nicht den sanften Ausstieg aus der Marktwirtschaft, der nextscientistsforfuture.de, bitte schön, ja? Und Greta Thunberg, da weiß man nicht so genau, was sie mit System Change neint, ob sie nicht auch mit den radikalen Sachen, also Maus fällt auch so, da weiß man auch nicht, ja? Also seine ganze Kritik am System, das ist ja alles geschenkt, das wissen wir doch alles seit Jahrzehnten, ja? Nur die Frage ist halt, ob Fridays for Future und Rainer Maus fällt, ob die wirklich sympathisieren mit radikaleren Maßnahmen oder ob die noch im Rahmen der Verfassung sind. Das ist doch eine interessante Frage, ja? Und von daher, also wie gesagt, also in den Talkshows kann ja wirklich alles besprochen werden, aber man sollte vielleicht doch schon vorsichtig sein mit irgendwelchen Dingen, die sozusagen Formulierungen, die in den strafrechtlichen Bereichs sind. Und der eine Internetsender, dieser etwas linksradikalere Sender mit seinen Beleidigungen und Dingen, also der ist eindeutig verfassungswidrig, ja? Denn schon die Beleidigungen sind ja strafrechtlich alle relevant, ja? Das sind ja öffentliche Beleidigungen konkreter anderer Personen mit Schimpfworten und Beleidigungen. Eigentlich müsste da ein Rechtsstaat, wenn wir noch einen hätten, müsste er da einschreiten, aber wir haben ja auch keinen mehr. So, das war es jetzt mit der jetzigen wissenschaftlichen Talkshow für heute und nochmal unser Tagesbild. Together we do it. Also rein aus Höflichkeit mit der Angst der anderen Menschen halten wir uns selbstverständlich an alle Regeln, ja? Denn die anderen haben Angst, auch wenn vielleicht das alles auf einer Gefährlichkeitsüberschätzung beruht, aber rein aus Rücksichtnahme halten wir uns selbstverständlich an alle Regeln. Tschüssi!